Die neue Runde Economy startet mit dem neuen Schuljahr. Das Thema, in was für einer Wirtschaftswelt wollen wir leben? Worum geht es dabei? Um Wirtschaftsordnungen, die soziale Marktwirtschaft. Was macht sie aus? Wie prägt sie unser Leben heute? Und was denken die Jugendlichen muss sie in Zukunft leisten? Wir freuen uns, wenn wieder viele Lehrerinnen und Lehrer aus dem gesamten Bundesgebiet mit ihren Schülergruppen mitmachen. Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen und alle Informationen auf der Webseite. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank. Vielen Dank.